willkommen zurück zur weiteren folge minecraft ist der folge 800 und drei nicht zwei bei drei da sind wir lange nicht das sind wir erst nächste folge hier können wir auf jeden fall schon mal wunderbar die auch kommen dann ist es dann doofes hühnchen ja wir können auch eigentlich hier gerade so man dann können wir das die wunderschöne aussicht hier genauso weiter bauen und dann können wir auch hier so was hinsetzen genau dass das hier schon mal in die richtung reinziehen kann so genau das kann dann hier so werden und hier können wir wieder drei tiefe blöcke setzen der eine ist mir egal der kann ruhig da bleiben wunderbar das ist ja wunderbar guck mal das geht doch fast zügig hier können wir auch schon mal hier zusätzlich ja nur dieser eine block das gute das hier wächst sowieso ziemlich zügig dann da rein ein tunnel einfach einfach mal ein tunnel so hier können wir auch schon mal sowas setzen hier und da kann sich das nämlich auch noch mal drüben verbreitern so das verbreitet sich jetzt schon mal in die richtung ja da sieht man wunderbar die schönen fortschritte so können wir hier schon mal so zeitnah zügig die blöcke setzen wunderbar und das ganze wasser hier weg machen also ich meine könnte jetzt auch diese zombies hier sind noch höhen wo man also hier das war ja die stelle genau die wir da hatten wir können ja auch hier so gravel abbauen und das gras einfach von da drüben von da drüben direkt hier rüber zu so super schön genau das ganze können wir hier genug hinsetzen so dann geht sie einfach jetzt gerade hier weiter hier weißt du was hier sind schon so ein paar blöcke dann lassen wir die da hier nehmen wir den stein noch mit und setzen hier einfach richtig die erde hin das gras die erde doch er ist richtig so hier ist auch schon mal was dahin gewachsen dann können wir das hier auch ich wollte erde danke hier so hinsetzen super wunderbar und da können wir hier auch noch mal was hinsetzen lassen aber hier das hier das dauert halt zu lang da können wir was hochkriechen lassen und hier können wir auch eigentlich mal was hinsetzen so wachst du mal da hoch genau und keine erde nee da ist nichts drin habe ich meine schanker kiste irgendwo stehen gelassen da ist zumindest also oder haben wir der die ganze erde verbraucht ja das heißt wir nehmen uns die mit und holen uns noch mal erde das ist ja verrückt so das ist verrückt und zwar müssen wir glaube ich in die richtung nehmen die doch in die richtung war richtig so das heißt wir nehmen uns noch mal mit aber wir haben bald keine erde mehr das macht nix das macht nix wir nehmen uns jetzt einfach mal die erde mit und schaffen wir es auf erde zu gehen ne 37 dann äh so wir sind out of erde out of grass noch lange nicht aber out of erde so genau hat das wollte ich jetzt nicht aber gut so hier können wir mal sowas machen vielleicht kriegen wir hier schon mal ein zwei gras blöcke hoch wunderbar guck mal da ist ja schon einer oben das heißt das ist hinfällig für schon mal diesen abschnitt dann kann der nämlich hier zeitiger zu wachsen so dass jetzt mal den gesetz kurz wenn man die minütchen drüber gewartet hier das andere einsetzen so 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 ja dann einmal hier alles zugleistern und hier zugleistern ja das ist okay wenn das so funktioniert oh ein ein lala was was willst du mir geben ja potzl das ist ein bisschen ja so eigentlich alles ein bisschen unnötig ne die frage ist jetzt nur nö du kommst hier nicht hoch du kommst hier nicht hoch wir setzen auch schon mal ein bisschen erde hin wunderbar so wunderbar wunderbar jetzt bist du doch hier wie bist du so schnell auch gekommen nö 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 wir wollen hallo wir wollen hier schon alles hinsetzen wenn dann schon alles die machen meine felder kaputt ne das gefällt mir nicht das gefällt mir echt nicht ja das wird hier schon da ist was gewachsen das ist ja auch hier ist ja auch sowieso fast überall gras ne so hier ist ja auch fast überall gras so dann können wir nämlich hier mal einmal das ganze so machen so zapp 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 und hier das abbauen abbauen die erde die können wir auch gerade mitnehmen weil die wird sowieso da weg kommen hier ist noch genau steinchen übrig hier können wir auch gerade die steinchen rein tun so und dann können wir hier so eine kleine treppe mal kurz rein bauen dass da gras warten wir den im mittag noch einmal weg dass hier gras sich verteilen kann und dann bauen wir einmal hier rüber ach wir können gar nicht weil hier schon wieder da wurde geschummelt da können wir aber hier zumindest schon mal das so machen da wurde auch geschummelt wunderbar wunderbar so super wunderbar aber hier ist ist aber echt viel ich glaube hier müssen wir trotzdem noch mal ein bisschen mit steinen auffüllen das heißt hier holen wir uns einmal zwei steine von da hinten beziehungsweise wir machen das so wir setzen hier gerade die blöcke hin dann haben wir nämlich den weg schon mal voll ausgenutzt dann ist der wohl oder übel sehr gut ausgenutzt und wir haben alles genutzt so genau dann können wir das hier so machen und können hier ja da ist gras über die sache gewachsen das ist gut dann machen wir das mit dem einen und setzen uns mal ein bettchen und nehmen nochmal ja reichen zwei stecks ich weiß es gar nicht ne nehmen wir einen dritten mit so und setzen hier gleichzeitig nochmal einen hin und setzen dann hier diesen weg weg auf weg auf trocken ich wollte schon sagen auf eis ne auf eis setzen wir den schon eher aber nicht äh genau jetzt werden wir zumindest mal tauchen oder bauen wir jetzt boah also wir machen das so so das werden wir hier auf jeden fall schon mal hallo ne ich will nicht ich will nicht die position haben dankeschön 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 so genau die position nehmen wir auch gerne ein so wunderbar 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 da war schon ein stack weg hilfe das über über schräg unterschätzt man doch ziemlich gut so bis hier auf dieser ebene wollen wir das ganze mit stein filmen dass wir nur noch 1 2 3 4 5 blöcke da hätten so das machen wir jetzt noch kommt wenn da schon einer sitzt dann können wir den auch schon mal voll machen super 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 schön joo wir brauchen nochmal 3 4 luftlässe genau dann müsste das auch gleich für den tauchgang schicken so wir haben unser tauchgang quasi beendet und können hier einmal alles vollsetzen aber ob die erde reichen wird sehen wir in der nächsten folge denn die folge ist hier vorbei und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und sehen dann ob der tauchgang vorüber ob der vorüber ist er ja ob die erde reicht und den rest machen wir dann in der nächsten folge sehr witzig gefallen lasst doch eine positive überwertung da oder ein abo würde mich sehr freuen schönen tag euch noch und ciao leute